Herzlich willkommen zu meinem ersten Screencast. Mein Name ist Jonas Ziegors und ich möchte euch nun das Online-Präsentationstool Prezi vorstellen. Dazu wechseln wir nun in den Browser. Dort habe ich schon die Startseite von prezi.com aufgerufen. Es gibt hier oben drei Hauptbereiche, ein Intro-Video, hier die Kernfunktionen und unten Beispielpräsentationen und weitere Links. Ich bin hier oben schon eingeloggt mit meinem Account, weil ich habe schon einige Prezis erstellt mit diesem Tool. Was ist eigentlich Prezi? Prezi ist ein Präsentationstool, vergleichbar mit PowerPoint. Man kann beliebig in Inhalte herein- und herauszoomen. Das ist vielleicht der größte Unterschied. Damit ist es möglich, Inhalte und Zusammenhänge sehr gut darzustellen. Man kann hier verschiedene Medien importieren. Bilder, Videos, bestehende PowerPoint-Präsentationen, beliebige Grafiken eigentlich. Man kann das Ganze online und offline präsentieren. Also sprich, die fertigen Präsentationen runterladen, um sie lokal zu starten ohne Internetverbindung. Es gibt auch die Möglichkeit, das Ganze lokal zu bearbeiten. Dazu ist allerdings die Enterprise-Version von Nöten. Man kann an Präsentationen zusammenarbeiten, also im Team, an der gleichen Präsentation, zur gleichen Zeit, jeder vor seinem Rechner. Man kann hier verschiedene Storylines, also Handlungsstränge erstellen und die einzelnen Stationen abfliegen. Und dann später auch eine Übersicht zu den einzelnen Stationen sehr gut darstellen. Wir wollen uns jetzt mal eine bestehende Präsentation angucken und später dann noch schnell eine eigene erstellen. Dazu gehen wir jetzt mal hier zu YoPrezis, also den Präsentationen, die ich schon erstellt habe. Und wählen hier zum Beispiel mal diese über Solarturmkraftwerke aus. So, nun lädt die Seite. Hier haben wir den verschiedenen Möglichkeiten, was wir jetzt tun. Wir können diese Präsentation bearbeiten, angucken, zusammenarbeiten, zusammen angucken, runterladen, Kopie speichern, löschen oder teilen, kommentieren. Hier oben können wir noch sozusagen die Lizenz auswählen, wer das alles sehen darf, ob es jetzt privat ist oder öffentlich. So, ich starte das Ganze hier mal im Fullscreen-Modus nun und switche einfach mit den Pfeiltasten jetzt mal durch die Slides. Das hier ist sozusagen die Startfolie. Der Inhalt ist jetzt unrelevant. Eine Übersicht der kommenden Präsentation. Dazu wird natürlich noch einiges ausführlich erzählt während des Präsentierens. So, nun habe ich hier ein Schaubild, was die Funktionsweise erklärt. Und anhand dieses Schaubilds kann man sehr gut die Sachen nachvollziehen. Wenn ich mit dem Erklären vorn anfange und hinten aufhöre, dann zoome ich einfach in die einzelnen Stationen rein und erkläre hier erstmal was zu dem ersten Punkt. Dann zoome ich wieder heraus, um das Ganze nochmal darzustellen, um den Zusammenhang sichtbar zu machen. Dann gibt es hier eine zweite Station, die hier zum Thema relevant ist. Hier ist beispielsweise ein Video eingebettet und es geht wieder raus und so weiter und so fort. Gut, das war jetzt mal kurz, damit man mal eine fertige schon mal so grob sieht. Und wir gehen jetzt hier mal nochmal in die Übersicht und erstellen eine eigene neue Präzi. Sag ich hier einfach mal Präzi und dann Funktionsweise und hier New Präzi. So. Nun öffnet sich der Editor. So, nun haben wir hier unser Whiteboard, also eine Fläche, in der man beliebig sich hier rein und raus skalieren kann, das Ganze bewegen kann. Und wir wollen jetzt einfach hier mal eine erste Folie erstellen und sagen hier OK. Dann wollen wir eine zweite Folie auch erstellen. Folie. So. Und diese hat vielleicht noch Unterfolien. So. Unterfolie 2. So, wie kommt nun die Animation in das Ganze rein? Dazu gehen wir hier auf Path. Man kann hier einen Pfad erstellen. Und dazu sagen wir, unsere erste Pfadstation soll natürlich unsere erste Folie sein. Dazu klicken wir hier auf 1. Unsere zweite Pfad soll unsere zweite Folie sein. Unser dritter Pfad soll aber die Unterfolien beinhalten. Also ziehen wir uns hier einen Rahmen drumherum. Da gibt es auch eine unsichtbare Variante und verschiedene andere Formen. Gehen hier nochmal auf Pfad und sagen OK. Der dritte Pfad soll das Ganze zeigen. Nun können wir das Ganze testen, indem wir hier unten auf Start drücken oder alternativ die Space-Taste drücken. So. Jetzt gehen wir mal in die erste Folie rein. Da zoomt es auch schon vollautomatisch in die zweite und in die Übersicht. Ja, so viel zu dem Präsentieren. Das soll es auch schon gewesen sein. Ich denke, eine kleine Übersicht, was Prezi ist und macht und kann, habe ich euch damit gegeben. Ihr könnt selber damit mal rumspielen. Es ist recht zeitintensiv, eine richtig schöne Präsentation zu machen. Aber es lohnt sich, da es ein echter Hingucker ist. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederschauen.